Bei dir kann ich den noch hier brauchen. Danke. Achja. Ist ja schon wieder liebensgewürftig. Hoppmann! Brenn ihn weg! Brenn ihn weg! Necke Brand. Guck mal, ein Kaktus. Eine Kaktusche. Dicke Spinne! Boah! Denn die jagen mich schon wieder. Wenn du nix geschissen kriegst hier. Du hilfst mir nicht. Musst du auf mich aufpassen. Jetzt haben wir doch schon mal geklärt, dass ich ohne dich hier auch nicht klarkomme. Da brauchen wir erst einen Schalter. Irgendwo war doch hier ein Schalter. Oh ja. Jetzt zieht es die Suche wieder los. Boah! Das ist doch ne blöde Spinne! Die macht irgendwie ganz schön viel. Die machen ordentlich Giftschaden, ne? Bleibst du noch am Leben ein paar Sekunden? Nein! Nein! Die sind ja so faul in der Ecke rum. Sieht weiter. Ja, ist ja gut. Alter, ey. Da hast du auch echt zu tun, wenn die in die Schirme kommen, ne? Ja, ja, ja. Ah, Mann! Da ist er vom Brennen. Oh, da! Ach ne. Das war ein anderes Spiel. Klack, 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 klack Sagt man mir das ein bisschen an, dass ich mal Diablo 2 gespielt habe? Überhaupt nicht. Wenn die Leute sich jetzt auskennen, die... Ich wollte gerade sagen, denn du wirst ja auch nicht, was ich meine. Weil erstmal alles stehen und liegen lassen und die grünen Sachen schnappen, bevor sie irgendwer anders nehmen kann. Weil bei Diablo 2 war das so blöd gerät. Du hast mit vier Leuten gespielt und die haben alle die selben Sachen. Also der, der das genommen hat, hat sie gekriegt halt. Ja, ob es für ihn war oder nicht. Und das gab sehr viele virtuelle Schlägereien. Auf die Fresse, ja. So, von wegen, habe ich mir meine Richtung geklaut. Nein, das war meine. So, wo ist denn jetzt hier der olle Hebel? Den haben wir beim letzten Mal schon wie blöd gesucht. Ja, alle Jahre wieder. Kommt das denn, das Kind? Dann kommen wir da so in den Viechern. Nicht der Erwarnung. Pyramidenbaumelon. Alter. Da kommen die einfach aus dem Boden, die Schweine. Oh ja, hier sind wir richtig, glaube ich. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Immer rennen die Menge, denn es ist genauso eine Brücke. Finde ich klasse. Hilfe. Pass ein bisschen auf deine Leben. Ja, nein. Kannst du noch ein paar Minuten ohne mich klarkommen? Boah, das sieht sehr witzig aus. Ja, bitte. So brauchst du mich eigentlich? Kommt zum Spielen, hat er gesagt. Kommt zum Spielen, hat er gesagt. Kannst du mal die großen Spinnen umhauen? Ja, warte. Kommen wir mich um. Da rennt der da durch. Was ist denn da? Viech aus. Noch mehr Viech aus. Stehst du hier noch von weitem? Das ist nur ein Sack. Aber dass diese Spinner so einen mördermäßigen Giftschaden machen, ist krass. Die zocken ihn richtig ab. So, heilige rote Kappe, die will ich mir erst mal angucken. Heilige rote Kappe. Nehmer. So, haben wir hier noch was für den Dennis? Da, ganz daham, ganz daham. Kann weg, ganz daham. Alles Schrott, alles Schrott, alles weg. Wollen wir was für ein Buch? Ledergebundenes. Ach, siehst du, hier gab es ein Level. Ein Level. Manor wiederherstellen. Möchte ich Manor wiederherstellen? Eigentlich nicht. Erhöht deine gesamte Widerstandskraft und gibt bei jedem getöteten Feind einen kleinen Erfahrungspunkte-Bonus. Das hätte ich jetzt gerne sofort. Aber das gibt es erst mal Level 10. So, dann mache ich hier meinen Feuerball wieder höher und dann kann ich nämlich den Uffi laden in die nächste Runde. Ne, oah, da freue ich mich schon drauf. So, was haben wir? Was hab ich hier Schönes? Langweilig, langweilig. Die sind besser. Kannst du aber noch nicht tragen. Ja, eigentlich gar nicht so gut. Gibt es denn da bei dir noch? Deine Übung erlaubt es dir sowohl die Reichweite als auch den Schaden deines mächtigen Schlages zu erhöhen. Ja, läuft. Ne, ma. Dann kann ich die nächste Runde nehmen. Check. So, wo gab es jetzt hier? Oh, guck mal. Siehst du? Mit dem kann man reden. Muss man aber nicht. Ach so, stimmt. Ja, siehst du, haben wir beim letzten Mal schon festgestellt, haben wir alles richtig gemacht. Wir mussten erst den Kumpel rechts besiegen, um dann ihn hier so rein zu können. Gib den Ring her und mach die Tür auf. So, was gibt denn der Ring? Schaden, 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 Stärke, Leben. Äh, den geb ich dir. Mussten noch mal ein ziehen. Warte, mach ich. Hoch. immer wieder verwandt immer wieder verwandt tada sehr schön mein schatz es tut mir fast ein bisschen leid nehmen den goldenen ring von mir der war so teuer es mich hier durch denn es größte sie dann ist bei diesem spiel eine zeit sagte der da in einem raum truppen immer wieder spiel gt gt schule erinnern mit seinem scheiß Wo bin ich jetzt so? Genau, hau rein! Weg! Mienwächter! Ja, dann nimmer! Hau ab du! Boah! Also, dich hat er gleich fertig gemacht! Genau, lass den wieder auf mich in hämmern! Ah, jaja, jaja! Uh, das sah gut aus! Das sah gut aus, ja! Heilige Werkzeuge! Willst du die Axt gleich nehmen? Sehr geil! So, können wir natürlich wieder... Uh, die können wir dran! Sehr geil! Dann fertig! Oh, Dennis, das freue mir, das freue mir! Mhm! Nö! Was machst du denn? Ja, lass mich doch mal gucken! Ja, ist doch okay! Die ist noch besser! Die gehen noch nicht! Die Äxte da unten waren die Juten neuen! Genau diese! Ja! Die sind schick aus! Sehr geil! So! Jut! So, wir müssen da rein, wollen wir erst mal aufräumen! Ja! Nein, da gibt's noch Kisten! Der Beglut, der Beglut, der Beglut, der Beglut! Uh! Die Chance aus dem Boden! Hm! Da muss ich erst mal ihn stehen lassen! Oh! Jetzt habe ich dir den Heidrink weggeschnappt! Wir sitzen Heidrink mäßig bei dir aus, das ist alle! Ja! Ich hätte auch noch einen! Den gebe ich dir mal! Ach! Nein! Zeig dir nicht! Ist klar! Äh, ja! Schön! Komm! Ja! Gab's hier drüben noch was? Ja! Klasse! Ja! Ist das jetzt Schiss vom Monster oder was? Kannst du dich ohne dich zurückhalten? Nee! Guck mal! Da gab's einen Lebens- und Mana-Tank! Oh! Das ist ja voll Parallele zu Diablo! Und der ist auch noch lila, oder? Kannst du mal bei dir gucken? Guck mal! Da gab's einen Lebens- und Mana-Tank! Ist der lila? Na klar! Haha! Ist das doof! Ein Regenerationstrank! Könnte man sich bei Diablo herstellen, indem man einen roten und einen blauen Trank gemischt hat! Okay! Du kannst da übrigens die Dinger kannst du anlegen, ne? Ja! Hast du auch gesehen, ne? Hab ich auch gesehen! Ich wollte nochmal gucken, wie, äh... Ah! Der Rest sieht nicht so! Wo ist so ein Zweier? Nee! Komm, Jung! Wir haben eine Mission! Ich bin auf der Weg! Ich bin auf der Weg! Alter Magier ist kein D-Zuch! Untertitelung des ZDF, 2020